Herzlich willkommen zurück zu einer anderen Folge von Let's Beard Transport Fever 2. So, wir wollen weiter bauen unsere Holzstrecke hier. Guck mal, es gibt schon neue Fahrzeuge. Ja, wir haben ja... wir müssen aber langsamer spielen hier. Haben wir relativ spät angefangen. Könnte eigentlich vielleicht... setzen wir die Geschwindigkeit hier, oder die Zeitgeschwindigkeit erfälbte. So... Brauchen wir noch einen hier hin. Dann brauchen wir hier noch einen, aber hier würde ich mal, keine Ahnung, machen wir mal drei Gleiser. Ich weiß doch noch nicht, was ich jetzt davon alles noch abzweigen werde. Hier fahren viele Autos. Hm, da könnte man eine Buslinie machen, was ich in den beiden Städten... für den Anfang. Muss klein machen? Könnte man eigentlich klein machen? Könnte man eigentlich gleich machen? So... Hier... Hier... Und hier... Ups... Und dann hier hinten... Und dann hier hinten... Machen wir lieber hier... 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 Und... Endhaltestelle kommt hier hin. Neue Linie... Zack... 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 So... Dann brauchen wir noch ein Fahrzeugdepot... Und was haben wir denn so für Busse? Nehmen wir doch gleich den neuesten hier, oder? Nur 20 Stück einsetzen... Ach, die kosten jetzt 4 Millionen... Ja gut... Aber irgendwo müssen wir ja mal Umsatz machen dann, ne... 78 Sekunden, Tag zwischen den zwei Städten. Ich denke mal, da werden wir viel abgreifen. Vor allem, wenn wir jetzt die Stadt hier dann auch mit Gütern verbinden. Mal sehen, wie wir hinten rauskommen. Muss man hier das Terran anschalten. Nee, das da. Vielleicht will ich hier durchgehen. Ja, nützt ja nix. Klar, noch Tunnel. So, einmal frei. Dann fährt der Zug von da hier rüber und hier zurück. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein zweites Gleis machen. So, ich frage, wie lang? Okay, mal nicht mehr. Ja, kurz warten, bis da mal wieder was reinkommt in die Kasse. Sollte er nur so lange dauern, bis der Zug hinten im Bahnhof ist. Einer der Güterzüge. Na komm. Ich weiß, dass die 500.000 machen jeder Zug. Die müssen nur ankommen. Warum nicht so lang? Oh, sie sind kaputt. Oder brauchen wir nichts mehr. Die verdienen nichts mehr. Das ist jetzt auch. Geht doch. Geht doch. So, dann brauchen wir hier ein Signal hin. Und so. Kriege ich hier am Ende noch ein Gebäude dran gebastelt. Neue Linie. Und hier. Noch da. Noch da. Oh ja, der erste Buskolonne kommt an. Sitzen Leute drin. Ja, das wird alles funktionieren. Lass die Pussy hier mal ein bisschen auseinander kommen. Da wird die nicht mehr so dicht aufeinander fahren. Dann geht das auch. Fast die ganzen Busse sind hier auf. Die fahren alle durch oder was? Guck mal, die teilen sich jetzt auch noch ein bisschen auf. Weil das ist ja eigentlich Kehlsträngstück, wo ihr langfahren seht. Die sind also noch im Verteilprozess sogar. So, hier brauchen wir noch Cargo. LKW-Ladestation und eine kleine Anbindung an diesen Bahnhof. Und dann brauchen wir noch LKW-Entladestation. Sollte alles versorgt sein. Eine Linie von hier nach hier. Ja, die Station ist wohl lastig, ist immer schon klar. Kann ich mich auch eh nix ändern. Das ist halt erst mal so für einen Moment. Fahrzeuge kaufen. Cargo. Fangen wir hier auch mal vier Stück. Dann halt nur drei Stück. Ne, eigentlich brauchen wir vierten. Sonst wird das nix. Guck mal, wie der abdüst hier. So, und hier brauchen wir Rungenwagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Machen wir hier. Ich weiß, ein paar mehr. Wir können nun acht noch ranhängen. Wir nehmen acht noch ran. Ja, wir hängen acht noch ran. So, und Triebwagen. Leistung 450 Kilowatt. Das ist halt nicht viel Leistung. Und die hat ordentlich Leistung. Die war ziemlich erfolgreich. Ich habe aber ein Albtraum für die Wartung. Ich lege gerade die halt einzusetzen. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt lohnt. Nehmen wir mal die. 228 ist halt besser. Das ist halt bedeutend besser. Was ist es oder weg? Ach nee, ich hasse das. Cargo. Hab ich jetzt so richtig ausgewählt? Die da wohl nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hab ich gesagt, ne? Und hab ich acht gesagt. Nehmen wir acht. So, dann leiden wir uns aber auch ordentlich die Schwungkohle hier. Die Frage ist, kriege ich 16.000, äh, kriege ich das schnell verdient? Und wenn ich mir zwei kaufen kann? Wie viel verdient die drüben? Ich sehe es möglich. Wenn ich mir das eigenes einsetze, dann dauert der Takt viel zu lang erstmal. Sie würde direkt zwei Züge halt einsetzen wollen. Komm, wir kaufen erstmal einen. Ich dachte schon, ne, Dampflokke oder ne, Diesel oder irgend sowas. Problem ist nämlich, jetzt zu, dazu braucht der das auch nämlich. Kostet ja auch was. Das ist nämlich mein Problem gewesen an der Sache. Und bis der das erste Geld verdient, dauert es kurz eine Sekunde. Mal kurz langsam angucken. Nice! Dampflok. Schönes Ding. C, 3, 4, 5, 6. Habe ich doch bloß sieben Wochen als Kommand 1. Ich dachte, ich wollte acht Wochen machen. Weil ich so knapp, weil ich so, so, Geld sparen wollte, ne? Ne, es sind acht Wochen, oder? So, 3, 4, 5, 6. Ne, es sind sieben Wochen bloß. Alter, Vater. Der andere kriegt acht Wochen. Der andere kriegt acht Wochen. Komm, wir was wolle. Woher du das wieder nämlich zu kämpfen hast? Ich kann schon nicht das Gewicht, was er dahinter zieht. Gewicht 404 Tonnen. Mittelmäßiges Leistungsbewertung. Ich wette mit euch, bei dem Autenzug ist die mir übelst schlecht. Mittelmäßig. Weil die Zugkraft halt zu schlecht ist. Das ist das ganze Problem einer Sache. Ich bereite mich auf einen Kauf vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komm, ich denke, das macht jetzt viel Geld. Oh, es hat nicht gereicht. Schon ein Mist. Ist er nochmal hier ankommen, oder was? Also wir machen plus die ganze Zeit. Das ist gut. Und den Rest gibt's morgen dann. Oh, ja, der Rest gibt's morgen. Bis denn, tschüss. bis dahin.